Die Deutsche Bahn und Google machen Mobilität jetzt noch einfacher. Ab sofort finden Reisende in Google Maps Live-Auskünfte zu allen 800 täglichen Zugfahrten im Fernverkehr. Dazu gehören Echtzeitinfos über geänderte Abfahrts- und Ankunftszeiten, Gleiswechsel und Einschränkungen aufgrund von Unwettern. Mit nur einem Klick geht's von Google Maps ins DB-Buchungssystem. Dort können Sie Ihr Zugticket direkt auswählen und buchen, ohne die Reisedaten erneut einzugeben. So machen die Deutsche Bahn und Google das Reisen mit der klimafreundlichen Bahn noch einfacher.